Großer Jubel bei Bayer Leverkusen, die Werkself holt den Titel bei der Jubiläumsausgabe des AOK Traditionsmasters in Berlin. Ein Turnier über zwei Tage mit acht Mannschaften, Finalgegner Borussia Dortmund und ein richtig guter Start für den BVB, Giovanni Federico hier mit dem 1 zu 0. Der Top-Torjäger bei diesem Turnier, Federico insgesamt mit neun Treffern, aber die Kräfte, sie waren ein Problem für den BVB nach zwei langen Tagen und richtig Spaß hatte vor allen Dingen Patrick Helmes bei diesem Finale. Eine schöne Show-Einlage, wenn auch der Seitenballzieher am Pfosten landet, aber Helmes durchaus treffsicher, kurz vor der Pause erzielt er hier das 5 zu 2, das auch der Halbzeitstand, Leverkusen einfach frischer mit dem breitesten Kader aller Mannschaften angereist. Hinten raus wurde es dann deutlich, Markus Feinbier mit dem 9 zu 3, der gebürtige Berliner in Dienst von Bayer Leverkusen, maßgeschneidert an den Innenpfosten rein und den Endstand, den besorgte der überragende Spieler im Finale. Patrick Helmes, der insgesamt viermal Traf gegen Borussia Dortmund und am Ende maßgeblichen Anteil hat es am 10 zu 3 Erfolg. Und apropos 4, es war gleichzeitig auch der vierte Titel insgesamt für Bayer Leverkusen beim AOK Traditionsmasters. Untertitelung des ZDF für funk, 2017